und gefährlich und gefährlich und gefährlich und gefährlich natürlich geht es mir gut Junge, mir fehlt nichts. Du sollst auch nicht angegriffen vom Bär. Du sollst doch hinrein müssen. Es soll nicht mitkommen. Steig einmal drauf, stell dich lieber auf die Schiene. Nee, ich geh zurück Junge. Geh ins Licht, habe ich mir nur gedacht. Geh ins Licht. Mein Pferd ist weg. Das steht da. Schieß ihn weg. Greif den Pferd ran. Mein Gott, jetzt eher einmal. Idiot, ich sage guten Morgen. Nein, das ist im Wald. Hey, moin. Da hinten liegt ein Toter. Geh da nicht hin. Da stinkt schon. Hallo und herzlich willkommen zu einer Fortsetzung von, ja es ist schon so lange her. Ich habe es ja schon wieder einen Bart gekriegt. Von, von. Rettet Redemption 2. Na klar kriege ich sie halt. Von, von. Von, von. Ja wirklich. So. Ja. Wir waren ja beim letzten Mal auf dem Weg zum gefährlichen Bären. Zum, zum legendären Bären. Der ist legendär. Was jetzt? Der ist legendär. Und gefährlich. Und gefährlich, ja. Und gefährlich. Und gefährlich. Und gefährlich. Und gefährlich. Und gefährlich. So. Dann lass mal Papa spielen hier. Ja. Lass mich mal ran, Junge. Ja. Das ist doch kein Platz. So, achso. Wir müssen ja. Zum Wasser. Wir müssen Pferden suchen, glaube ich. Stand das nicht noch da? Ja. Ah. Lauf! Wieso lau... Alter, wieso? Was ist da los? Ja. Geil. Ja, geil. Okay. Gut. Okay. Wir sehen es. Hast du Kuh gedrückt? Jetzt hast du doppelt Kuh gedrückt. Na ja. Doppelt hält besser. Davor hast du Sturm gedrückt. Also. Nein, doppelt Kuhlein fertig. Mach mal Dings. Den Eier. Da hinten ist Gelber. Ah ja. Okay. Das ist Pisse. Haha. Er rennt wieder in Slow Motion. Also jetzt. Haha. Du wolltest Kuh trinken. Das war doch hier irgendwo, oder? Mhm. Doch. Da. Da liegt's doch. Ein angefressener Fisch. Du. Du liegst dort. Aha. Alter. Der sagt's sogar noch. ZUGAR. 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 Ja. Er sagt. Er sagte ZUGAR. ZUGAR. So. Warte mal. Cool. Oh. Jetzt hab ich's nicht mehr. Jetzt hab ich Folgen irgendwie. Folgen? Abgest... Ne. Jetzt ist es wieder da. Abgestürzt. Haha. Abgestellt. Hier vorne war irgendwie jetzt... Ich steht hier vor, dass Spiel stützt. Haha. Zurück. War denn das? Wollen wir nicht das Thema ansprechen, warum wir irgendwo schwarz-weiße Kamera... Achso. Du musst mal lauter sprechen, oder? Dich versteht man doch nicht. Ja. Sorry. Ja. Achso. Stimmt. Wir haben nur... Hat er recht. Wir haben nicht mehr unseren schönen Filter drauf. Den schönen altmodischen, der ja eigentlich zu der alten Zeit gepasst hat. Weil Logitech der Meinung ist, ja, der Filter muss raus. Also es gab ein Update. War nicht so gut. Ja. Dafür haben sie jetzt zwei überbelichtete Filter. Völliger Schwachsinn. Warum der Filter weg ist, das war so geil, ja. Die haben zwei Filter, die überbelichtet sind. Ja. Totaler Rotz. Komplett Pinger. Jedenfalls haben wir... Jetzt halt nur noch schwarz-weiß. Um wenigstens ein bisschen altmodischen Touch reinzubringen. Hat uns abgeschüttelt. For now. Ein bisschen Optimismus und nachher scheißt du ein. Bär oder der Bär? Rosa. So. So. Du sollst... Komplett. Auf deinen Köder benutzen. Ich seh's nicht. Vorne bei den Felsen. Sieht nach einer guten Stelle, das liegt... Das sind überall Felsen. Ja, an den großen Stein. Das sind überall große Steine. Auf der Mappe ist er. Der Mappe. Der Mappe ist... B gedrückt um die Tasche zu öffnen? So... Köser? Das geht gar nicht im echten Game. Was denn? Das ist... Wenn du Free-to-Play, also wenn du einfach durch die Welt rennst, dann geht das gar nicht. Nicht? Nee. Gib dich zu dem Felsen. Warte auf den Bären. Wo ist meine Knarre, Alter? Scheiße, meine Waffe habe ich nicht mitgenommen. Wieso Probleme hatten wir? Shit. Schon mal. Wie hock ich denn hin? Wie hast du die Kamera? Mit C? Wiss ich jetzt gar nicht mehr. Du bist okay? Sie ist nervös. So kann man sich umgucken. Er kann keine fünf Minuten sitzen, Alter. Aber Hose geht doch so vor, weißt du? Und dann würdest du angegriffen von Hose. Oder soll ich mir ein Messer nehmen und ihn abstechen? Nein, das geht ja nicht. Nicht? Also doch, aber du bist rot. Das ist ja einfach ein Nagelbär. Ist ja nicht so, dass der mit so Papier schießt wird. Aber ich habe plötzlich jemanden gesehen, der hat ihn abgestochen. Ja, das war Hose. Ja? Ich glaube, der hat ihn auch abgestochen. Ach, dann ist er gestorben? Ja. Achso. Ich glaube, ich habe es ja nicht gesehen, aber ich denke. Was sollen wir machen? Untersuchen. Aber jetzt kommt der Scheißbär, oder? Mhm. Womitlich auch vor... Warum wird er sucht jetzt das? Da, wie er mit Messertrennung gestochert. Scheiße. Ist der hässlich, Mann? Scheiße ist der hässlich. Schieß ihn ins Gesicht. Du musst hin, du musst hin. Du hast den Modus nicht kapiert? Nee. Hahaha. Nee. Wo ist Hose hin, Junge? Hose ist hinterm Felsen und entspannt sich. Hahaha. Er sitzt da und chillt dein Leben. Natürlich geht's. Aber gut, Junge. Mir fehlt nichts. Sie sind auch nicht angegriffen vom Bär. Ich habe auch keinen Schiss gehabt, Junge. Ich hatte nur Hexenschuss. Und habe mir einen Stift in die Hosen gemacht. Ich bin dann was zu alt. Haha. Ich wollte erst mal was singen. Hallo, 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 hallo. Oh, na. Ein Mann in einer Bar gab es mir. Also, ich habe ihn verraten. Das ist eine andere Geschichte. Okay. Er sagte, er hat ihm gesagt, wo er eine wirklich große Anzeige finden kann. Hey. Es ist ein Pferd. Du hast mein Leben saved. Ich glaube, ich gehe zurück zum Camp. Ich habe meine Wände verraten. Lass uns die Knarre da, Alter. Gib uns die. Haha. Ich bleibe. Ja, dann können wir auch den Bär umbringen. Ja. 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 Junge. Was? Ah, wenn du jetzt mit Horst mitgegangen wärst, dann hätten wir nicht ewig zurückreiten müssen. Nicht? Mhm. Du bist bei einem Trost mitgegangen? Mhm. Ich wusste nicht, dass mein Bär. Sammeln untersuchen. Ich muss nach oben rennen. Auf die Blumen zu pflücken. Ich sammle Möhren, Junge. Naja, wild Möhren. So. Jetzt gucke ich mal. Lauf zu Fuß. Nein, das ist falsch. Abgedrückt halten. Ja. Nein, nicht. Haben wir noch irgendwas? Buchen. Ja. Aber keiner vorfinde. Weil hier doch plötzlich das Jungen gemacht hat. Und aber nicht. Aber ich. Ja. Dann schnuschel doch mal nicht so. Sprich ordentlich laut. Mann. Mann. Ich bin müde. Scheiße. Kommt übermacher aus, Junge. Das ist um 10 Schluss heute für dich. Oh. Ich dachte, da fährt er. Da fährt er. Da kommt der Bär. Aber da fährt bloß die Eisenbahn. Oh. Ja, ich dachte auch erst. Hm? Jetzt war es gar zu schwarz. Aber er lief doch. Da hoch. Ja, da steht er. Wo? Wo? Keine Ahnung. Oben halt. Wo? Da. Ich habe was. Regen. Ziehen wir da hin. Zwischen die Bäume da. Ja, da wird's rot. Das ist er. Das ist er. Das ist er gar nicht. 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 Das sah aber aus wie er. Ja. Der hentligen Fresser. Genau wie der Bär. Das ist er gar nicht. Das ist er gar nicht. Guck dir mal auf die Karte. Ob der überhaupt noch markiert ist, wenn er nämlich durchgestrichen ist. Ne, okay. Er lebt noch. Ja, der könnte auch irgendwo in der Region sein. Mann. Das letzte Mal hatten wir Glück, dass er einfach da oben war, glaube ich. Er war an diesem Bären und hat gefressen. Wie ein Schwein. Ich bin schon wieder so leiser. Da ist er nicht da tot auf der Erde. Auf der Karte. Vielleicht ist er verblutet, weil du ihn zwischen die Kacke geschossen hast. Zwischen die Gauchen? Zwischen die Gauchen. Was liegt da auf der Erde? Das ist es doch. Was ist das? Das ist ein... Das ist ein Morflon. Das ist ein Morflon. Ein Morflon. Wer hat denn das umgebracht? Ich denke nicht, dass es der Bär war. Aber es könnte natürlich sein, dass es nicht der Bär war. Bring ich das mal schnell zu unserem Pferd? Weil ich kann ja so nicht schießen, wenn ich das Zeug in der Hand habe. Ich kann das auch so hier pfeifen. Mit H. Das ist nämlich Klammer. Das hatte ich vergessen. Mit K. Ja. Das merkt man gar nicht. Das ist so. Die paar Meter... Mensch, sprich mal ordentlich, Junge. Die paar Meter musst du zu deinem Pferd hinrennen. Muss ich nicht. Doch. Na guck, dann dauert es drei Jahre. Da siehst du, bleib stehen. Du musst doch hinrennen müssen. So, wie lege ich das ab? Ja. Okay, jetzt kann ich wieder die Knarre nehmen. Ich doch die... Wie nehme ich mein Gewehr? Gar nicht. Mit Tab. Trittzeiten. Nicht klicken, nur ziehen. Was ist... Zweiter... Was ist... Wieso kommt es mit? Das soll nicht mitkommen. Eine Ahnung, drück einfach H. Ja, okay. Mann! Halt mal A gedrückt. Äh, H. Stopp. Es kommt mit. Es soll nicht mitkommen. Leg einmal drauf und geh dann wieder runter. Von nem Scheißvieh. Boah. Weißt du so. So, jetzt geh wieder runter. Obwohl, du kannst ja den Bären mit dem Pferd suchen. Dass dein Pferd dich wegschmeißt als Angst hat vor den Bären. Ich steig jetzt hier ab. Da läuft der Bären. Ich steig jetzt hier ab. Da läuft der Bären. Was ist das? Was ist das? Ach, der Donnel für die Eisenbahn. Bestimmt hat er sich da reingestellt. Kann man da rein? Ja. Ja. Tatsache. Geh mal weiter rein. Hab das noch nie gesehen. Daraus bestimmt. Oh. Alter. Vielleicht kommen so Geister und so Monster. was ist da. Es gibt auch so eine Lampe. Die hast du sogar mit dir. Ja. Drück mal Tag. Hat mal Tag gefüllt. So. Guck mal. Irgendwo. muss. Ja. Geh mal auf E. Auf Messer meine ich. Ja. Das ist ja. Stell dich doch auf der Schiene. Oh. Hier ist der Bären nicht drin. Glaube ich. Es war kein Zug. Nicht? Stell dich lieber auf die Schiene. Ne. Ist kein Zug. Stell dich lieber auf die Schiene. Ey. Da stand grad was. Aufspringen oder was. Ja. Kann man machen. Ich muss ein bisschen näher ran. Ich will aber nicht aufspringen. Halt. Was steht da? Da guckt halt. Da steht einer. Jetzt gibst du dich zur Headshot. Ne. Hier ist nichts. Ist trotzdem cool. Aber Ausdauer hab ich erreicht. Ja. Hier hast du auch neu bekommen. Wie in der letzten Runde hast du neue Detail bekommen. Ganz neu. Fortschritt. Was? Fortschritt. Fortschritt. Ist dann roffert auf einmal so. Schon wieder Ausdauerstufe 5. Und Ausdauerstufe 6. Und 7 und 8. Ey. Oh. Wie lang ist denn der Tunnel? 1000 Kilometer. Du kannst ja auch durchreiten ey. Du kannst ja den Weg abhalten. Ah ne. Du bist wahrscheinlich zwölf. Ah ne. Du musst Ausdauer regenerieren. Ne. Ich geh zurück Junge. Du bist aber ganz weit weg schon. Scheiße. Ich komm von beiden Seiten zum Monster. Ach du kannst. Hä? Guck mal in die andere Richtung. Bitte. Da ist nichts. Ne. Ja okay weil das. Ah du warst sogar vor ihm. Da geht's raus dahinten. Um die Kurve. Ja mein Pferd steht da hinten. Und der Kackbär ist auch irgendwo. Auf dein Pferd gesprungen. Ja. Hat's ermordet in der Zeit. Und hier sehen wir die Papa 5 Stunden. Irgendwann. Jetzt habe ich aber Ausdauer dazu gekriegt. Ja krass. die das so nirgends verhandelt bekommen können. Papa kommt schon hier. Oh es blendet mich jetzt. Scheiße. Da kommt der Zug. Nein. Ich stehe dich auf die Dings. Auf die Schienen. Schnell. Stellen sie sich schnell. Ein ganz schöner Verkehr ja. Ja. Muss man sagen. Okay. Aber das steht bloß vorne. Du stirbst gleich. Weil deine Ausdauer gleich leer ist. Weil das nicht reicht. Ja. Weil deine Ausdauer regeneriert. Ich war so auf dem Zug fixiert. Und das Licht hat mich. Geh ins Licht. Habe ich mir nur gedacht. Geh ins Licht. Also. Geh ins Licht. Ich muss was essen. Ja. Aber nun. Geh ins Licht. Das braucht dein Pferd. Zuckerwürfel auf. Ess ich ein Stück Fleisch? Es ist eigentlich zu viel. Versuche irgendwas zu trinken. So das da unten. Diese Whiskyfisch. Das? Ja. Ne das ist für dein Pferd. Oh. Nein. Das ist Magenbitter alter. Das ist. Ja eben. Das ist nicht fürs Pferd Junge. Magenbitter fürs Pferd. Du hast es aber nicht getrunken. Doch hast du. Ja. Aber warum? Ja. Warum ist denn der Blitz vertrot? Weil du es nicht gefüllt hast. Ich habe gesagt. Es ist für das Pferd. Es ist nicht fürs Pferd. Ja. Warum hast du dann kein Ess dazu bekommen? Ja. Der Rand ist doch größer geworden. Ja. Außen. Und. Krass. Das ist mit meinem Blitz Junge. Warte mal. Was habe ich hier? Knoppeliges Hammelfleisch. Ey. Das ist ja nicht gekocht. Warte. Jetzt gucke ich da um. Nicht Karotten. Nein. Du hast es bloß umgestellt. Den Filter. Ja. Nein. Guck. Hier ist alles. Alles. Auch Schmuck und so. Und hier ist. Auch Essbares. Ja. Zigaretten fügt dem Kern deiner Ausdauer ein wenig Schaden zu. Achso. Ne. Das würde ich ja nicht. Das ist ja gleich. Ja. Das ist gut. Das bringt aber Dead Eye. Das würde ich nicht verschwenden. Okay. Schau nicht weiter um. Das ist gut, oder? Ich mach deine Ausdauer ein bisschen runter. Äh. Dein Leben ein bisschen runter. Aber das bisschen geht voll. Also trink. Ach. Fühlt deine Gesundheit. Ja. Jetzt blinkt es doch schon wieder, oder? Was ist denn das? Na. Das zeigt, wie viel das auch füllen würde. Ah. Okay. Oder so ein Haschkeks. Oder du schrinkst es. Ja. Rein in die Rübe. Kentucky Bird. So eigentlich genau wie das andere. Boah. Ja. Ich verstehe es auch nicht. Ach. Was sind die anderen getrunken? Ach. Was? Ich hänge ja auch noch einen Pfeiler, Alter. Ich wundere mich. Hast du das nicht gemerkt? Ne. Ich sehe ja nichts. Ich sehe alles. Und du siehst nicht mal dich, Alter. Ja. Springen wir da runter. Rennen wir gerade dazu da runter. Haha. Nein. Waren der Bärs weg? Ja. Ach echt. Aber wo kann der hin sein? Da kann doch nicht die Felsen hochrennen, der Schwimmer. Vielleicht ist ja diesbund. Das ist auch einmal ein schönchen. Nein. Mein Pferd ist weg. Haha. Das steht da. Wo? Hinter dem Felsenmann. Felsen. Ach so. Felsen. Du bist auch ein Felsen, Junge. Du bist ein Blinder. Du bist ein Blinder. Du bist ein Blinder. Ja. Wölfer. Schieß den weg. Da greift ihn so ran. Sehr gut. Schieß den weg. Da greift mich. Da hat er gar nichts gemacht. Ich weiß. Er hat einfach nur Hunger und Slugloan. Haha. Kann man den eigentlich dann zubereiten? Können wir uns noch mal Essen machen aus dem? Ja. Abends. Warum nicht jetzt? Nein. Schwachkopf. Haha. Nein. So. Wolfsfell gut. Schweinefell schlecht. Wolfsherz. Du hast ja das Herz rausgeschnitten, Alter. Okay. Haha. Da im Gebüsch. Ja. Dort. Alter. Ist das Pferd blöd oder was? Haha. Du hast es dahingestellt. Ich habe es nicht dahingestellt. Äh. Und wo ist mein anderes Fell, was ich vorhatte? Ein Pelz. Das liegt doch auch da drauf. Haha. 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 So. Jetzt bereiten wir den mal zu hier. Nein. Kannst du nur mitnehmen. Aber der hat zwei Sterne. Nimm dir mit. Was soll ich damit? Auf dein Pferd legen und dann verkaufen. Und das Mufflon hier? Nein. Das lässt du liegen. Haha. Lass das liegen. Haha. Haha. Das ist scheiße. Ich sehe es noch nicht mal. Ja eben. Schon verrottet. Achso. Lass es da liegen. Oh hier. Guck dir den Wolf an, Junge. Sieht aus wie ein Hund. Ohne Ohren. Sieht komisch aus, ja. Sieht aus wie ein Hund. Haha. Wahrscheinlich sehen Hunde so aus. Okay. Oh. Wie er es verschnürt hat. Von Feinsten. Haha. Von Zauberhand. Hex Hex. So. Jetzt würde ich den Bären nochmal suchen. Den findest du nicht mehr. Der ist gar nicht mehr da. Haha. Er fällt. Ey hier. Du kannst es ja nicht mal hoch. Alter. Ja. Na wo ist der scheiß Bär hin? Wenn du mich fragst. Oder frage ich dich. Die spawnen. Das ist immer noch kein Game. Ist ja auch schon durch den Zugtunnel durchgelaufen. Hm? Ne. 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 Wir haben noch Köter. Haben wir noch Pern? Bären Köter. Haben wir noch Köter? Haben wir noch Köter? Bären Köter? Nein. Wieso nicht? Nein. Wieso nicht? Wieso nicht? Nein. Jetzt wirst du nicht runtergekippt? Ne. Nichts. Haben wir noch Bärenköter? Haben wir noch Bärenköter? Ne. Wieso nicht? Schade. Da stand doch da unten irgendwo. Mann. Du verbrauchst doch wieder deine Aussage. Ich trainiere Junge. Ja. Ich trainiere Junge. Junge. Vielleicht ist der Bär auch hinter euch runtergerannt. Die hatten wir doch vorhin den Köter abgelegt, oder? Er ist eigentlich nach oben gegangen. Das war eine Illusion. Ey, warum mache ich nicht Spuren zu mir benutzt? Weiß ich nicht. Hinter dir ist eine Spur. Oder irgendwann riechst du da. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Wie du das so lange machen kannst. Ich kann das nicht so lange machen. Ne, der Köter lag ja vorne. Noch ein bisschen weiter oben. Aber Horse hat mitgefunden genommen und die fressen. Allein der Lacke unten. Ja, Horse. Scheiße. Oh, Fische und Bären. Die giftig sind. Der Pferd ist. Lecker. Wir haben nichts mehr. Keinen Köter. Was hast du da für eine Schatzkarte? Die hat mir doch Horse gegeben. Horse? Echt? Ja, für legendäre Tiere. Hast du gepennt oder was? Saß doch neben mir. Alter, wann hat er die Dinger gegeben? Als er sich verpisst hat. Echt? Weiß ich nicht. Na gut, dann bringen wir jetzt die Beute zurück. Du könntest noch ein Eichhörnchen und einen toten Vogel an dein Pferd hängen. Und das ist auch das Land der... Wie heißen die? Boah, Alter, sind wir weit geritten. Ja. Markierungssetzen. Wer ist denn mal lieber mit Horst mitgenommen? Ne? Das ist die falsche Markierung. Das geht mit Space. Ne, da hast du schon, da hast du schon. So. Boah. Gut. Boah. Bürste mal dein Pferd, während du läufst. Dann wird das wirklich schneller. Steht ja auch dran. Du musst jetzt bremsen. Ja, okay jetzt. Nein, was machst denn du? Mein Gott. Jetzt eher einmal drücken. Eher nochmal. So. Jetzt bürstest du die Kacke nach. Dann steig das auch gleich mal endlich. Echt, es hat ein Plus gekriegt. Ja eben. Ein Pluspferd geworden. Ja eben. Ja eben. Plus, Plus, mit 1 und Sternchen und 3 und 3 und 3. Das wird schon wieder gebürstet werden. Was sagt das? Das Pferd heute. Da kommt einer. Knall den ab, Alter. Der will nur Böses. Moin. Ja eben. Idiot. Ich sage, guten Morgen. Nein, das ist im Wald. Achso. Da wird jemand von mir angegriffen. Ah, da hinten. Wo ist er hin? Das ist ein Wald. Oh. Du solltest ihm nicht helfen. Oder gib ihm nicht Schmerzmittel oder sowas. Wieso kann ich nicht schießen? Er ist tot. Schieß! Ja, macht's nicht! Schieß doch! Nicht rein! Mach! Okay, ich dachte schon, er wird tot. Du hast ihn umgebracht. Geil! Das geht gar nicht. Das siehst du doch. Ich habe ihn tot getroffen. Das geht aber nicht. Das hat mal so ein Typ irgendwie in der Story. Warum hat er eigentlich nicht geschossen, Junge? Das hat mal so ein Typ in der Story versucht. Da wirst du ja, also, da die ersten paar Minuten, ne? Da musst du ja in so ein Schneegebiet. Das haben wir auch mal aufgenommen. Da warst du ja von so Wölfen verfolgt, ne? Ja. Und da hat er den getretenen Wolf so lange, bis der Wolf abgehauen ist. Aber der ist nie gestorben. Toll. Wo ist mein Pferd? Ja, arme Mann. Das Pferd hat Schisschen, ob der ist abgehauen. Ja. Hast du gefissen? Ja. Halt mein Geduld. Dann komm's schneller. Und langsam, Alter. Ja. Ja. Kann ich das jetzt noch verstauen? Ja. So richtig komische Cremassen in deiner Kamera. Ja. Oh, er stopft's runter. Sehr clever. Das ist ja clever. Hattest du was gemacht? Ich dachte, da zieht's einfach drüber, legt's drüber. Aber die haben an alles gedacht. Plündern. Oh ja, wie ich ihm noch einer eingeschenkt hab. Hast du gar nicht. Hast du gesehen, der wollte einfach nur seinen Hasen essen? Da hat der Hasenfell dabei. Tja. Und ein paar Blumen pflücken, weißt du? Für so eine Frau. Jetzt müssen wir der Alten die Todesnachricht überbringen. Nö, du nicht. Der Typ, der ihn findet. Ey! Er ist ein Pferd! Halt! 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 Ich glaub, das kannst du auch plündern. Was denkst du, was ich gerade machen möchte? Ich werde dann schauen. Oh Gott, das ist kompletter Kratz, Alter. Alter. Kekse. Geil, Mann. Ein schöner Sattel, den hätten wir auch mitnehmen können. Alles. Ich hab mal versucht, vom fremden Pferd den Sattel zu klauen. Und ich hab den Sattel runter gemacht. Und dann hab ich das Pferd weggetrieben. Achso. Dann war ich tot. Und da, Mufflons. Mufflons! Mein neues Lieblingstier, Alter. Da kann er das nicht. Ich kenn das auch nicht. Biest. Falls du das siehst. Du kennst das nicht. Klar, Biest kennt sowas. Obwohl, in der Schweiz ist es ziemlich bergig. Ja. Die haben da auch Mufflons, glaub ich. Das ist bergig. Ja, ich glaub, die haben da auch Mufflons. Ne, Österreich war bergig. Ey, moin! Da hinten liegt ein Toter. Geh da nicht hin. Da stinkt schon. Wenn die sehen, wie den einfachen Toten aus. Was ist das? Halt. Ah, da lebt so ein Smoker. Der raucht den ganzen Tag. Und das ist okay. Hauptsache, das ist Wind auf der Straße. Wo man langscht. Ich hab gestoppt. Das Pferd ist dann noch hochgerannt. Was stand da jetzt gerade? Herstellen, kochen. Der Typ, der da drin sitzt. Da sitzt gar keiner. Bist du blind? Ah man, jemand hat gerade so ho ho gemacht. Was tut das? So. Großwitzfleisch, knoppliges Fleisch. Okay, mach das nicht jetzt. Warum nicht? Na, einmal kochen kann man es. Einmal kochen. Es läuft von allein. Ich muss nicht mal die Taste drücken. Ja, aber wenn du die Taste drückst, dann geht es schneller. Ach so. Aber eher. Mach mal zwei Ehe gedrückt. Nein. Ja, ich hab R gedrückt. Ja, ich weiß. Sondern jetzt. So, weh zurück. Ahaha. 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 Er ist aber auch manchmal so lahmarschig unterwegs. Wie so ein Stock. Ahaha. Hast du einen Timer auf? Oh nein. Aber wir sehen auch nicht. Doch da oben. Da sehen wir doch die Zeit. Eine halbe Stunde ist schon rum. Ja. So, wo ist bis der Weg, Junge? Ja. Müssen wir nicht lang zum Folgen werden. Ah, du hast recht. Ja, dann machen wir an dieser Stelle Schluss. Sagen Tschüss. Ich war wie immer gut drauf. Und der, den können wir noch Pfeife rauchen. Ah. Da kriegt gleich einer geklatscht. Mhm. So, und dann sehen wir uns zum nächsten Folge. In aller Frische. Da muss man abziehen. Genau. Bis dahin. Tschüssi. Tschau. Tschüss. Schau. Pff. Haha. Musst du so. So machen, so. Spiel speichern kann ich jetzt. Krass. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.